Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, in wenigen Wochen startet wieder die Fahrradsaison. Man muss sich das mal vorstellen, die Deutschen besitzen rund 75 Millionen Fahrräder und davon sind rund 4,5 Millionen E-Bikes. Mein heutiger Gast ist einer der größten Fahrradhändler Deutschlands. Mit über 10.000 Bikes und E-Bikes am Lager bietet der Zweiradhändler Joos aus Radolfzell am Bodensee eine Vielfalt von Herstellern. Ausgezeichnet mit dem Zukunftspreishandel wurde bereits früh das Potenzial des Onlinehandels erkannt. Neben Werkstatt und Service bilden auch Veranstaltungen und Segwaytouren bedeutsame Unternehmensfelder. Die Lust am Zweirad in Deutschland wächst, so auch die Modellvielfalt. Und zu Gast im Studio ist Andreas Joos. Er ist Geschäftsführer von Zweiradh Joos in Radolfzell. Herzlich willkommen, Herr Joos. Vielen Dank für die Einladung. Die Fahrradsaison steht in den Startlöchern. Mit welchen Neuerungen, Innovationen können wir rechnen? Ja, es gibt viele Neuigkeiten bei den E-Bikes zum Beispiel. Die Vielseitigkeit ist sehr, sehr groß geworden. Es gibt zum Beispiel neue, ganz filigrane Designs, wo man praktisch nicht mehr unterscheiden kann, ob das Fahrrad jetzt ein E-Bike ist oder ein Nicht-E-Bike. Er hat dann kleinere Akkus, integrierte Akkus und versteckte Motoren. Und gleichzeitig gibt es auch den Trend zum größeren Akku, zum stärkeren Motor, wo auch Reichweiten über 200 Kilometer erreichbar sind. Man hört ja auch immer wieder, heutzutage muss ja alles digital sein und vernetzt sein. Gilt das auch fürs Fahrrad? Das gilt auch fürs Fahrrad. Die Konnektivität hält also Einzug. Es sind GPS-Tracker zum Beispiel auch in den Fahrrädern integriert. Man kann es praktisch orten. Es würde wieder den Versicherungsschutz zum Beispiel vergünstigen. Aber auch Freisprecheinrichtungen für Helme gibt es. Man kann telefonieren während dem Radfahren und es gibt viele digitale Möglichkeiten. Erstaunlich ist ja auch, wie sich das Fahrrad selbst verändert hat jetzt, sage ich mal, über ein Jahrzehnt. Ich kann mich zurückerinnern, vor zehn Jahren, da galt das E-Bike noch mehr so als Rentner-Moped. Heutzutage fährt praktisch jeder da mit rum. Ist das tatsächlich so? Ja, also das gefühlt, das stimmt. In Deutschland werden vier bis 4,5 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft und darunter waren jetzt 2019 1,2 Millionen E-Bikes. Zum Vergleich, 2016 waren es 600.000, das heißt, innerhalb von vier Jahren hat sich das verdoppelt. Und auch E-Bikes werden dreimal so oft gefahren als normale Räder. Und darum stimmt der Eindruck absolut, draußen fahren fast nur noch E-Bikes rum. Ja, aber woher kommt denn dieser Trend? Sind wir einfach fauler geworden oder haben Sie da quasi eine neue Zielgruppe erschlossen? Ja, das ist einmal der Aha-Effekt. Also es macht natürlich tierisch Spaß, mit dem E-Bike zu fahren. Und da gibt es auch verschiedene Kategorien, also E-Mountainbikes zum Beispiel. Da habe ich mehr Spaß im Wald und im Gelände. Aber auch, wenn ich zur Arbeit fahre, das sind dann normale Trekkingräder oder Urbanbikes. Und da kommt man halt unverschwitzt irgendwo an. Und das betrifft dann nicht nur die Radfahrer, sondern auch die Nicht-Radfahrer. Das ist ja auch eine große Gruppe. Die hat plötzlich auch Spaß, weil da eben Sachen möglich sind, die davor nicht möglich waren. Gab es denn jetzt nochmal einen zusätzlichen Schub hinsichtlich dieses Geldwertenvorteils? Also sprich, Arbeitgeber können ja jetzt ihren Leuten sozusagen E-Bikes kaufen oder leasen. Und die müssen jetzt nur noch, glaube ich, 0,25 Prozent Geldwertenvorteil versteuern sozusagen. Hat das nochmal einen richtigen Schub gegeben seit einem Jahr? Ja, also die Hälfte unserer Umsätze sind jetzt schon gewerblich. Und da hat das Leasing natürlich einen ganz großen Anteil dran, weil die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern was Gutes tun wollen und denen die Räder leasen. Und dann mit einer Überlassungserklärung wird das Rat dann dem Arbeitnehmer übergeben. Und so kann mancher Arbeitgeber auch ein Parkplatzproblem lösen oder er positioniert sich halt eindeutig zum umweltfreundlichen Anfahrtsweg. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Also wird denn auch insgesamt so das Thema, naja, ich sage mal, Nachhaltigkeit, Ökologie auch auf das Fahrrad einen weiteren Einfluss haben? Also mit anderen Worten, du fliegst halt nicht mehr, sondern kaufst dir ein E-Bike. Ja, also das Umweltbewusstsein, genauso wie das Gesundheitsbewusstsein auch, das steigt natürlich immer mehr. Auch der Fahrradtourismus steigt. Wir sind ja in einer super Region hier am Bodensee. Das merkt man eigentlich jedes Jahr im Sommer wieder, was da los ist. Und ja, da müsste jetzt noch die Infrastruktur wachsen und dann wäre das eigentlich auch ganz gut. Sie haben ja mit Ihrem Geschäft recht früh auch die Attraktivität dieser Region erkannt als, sage ich mal, Ausflugsdestination, vielleicht auch als Eventmodell. Und man kennt gerade so in Radoff-Zell immer wieder Ihre Gruppen daran, dass sie mit Segways durch die Lande ziehen. Und viele Menschen hintereinander wie so eine kleine Entenfamilie. Ist das ein Trend, den Sie hier tatsächlich auch gesetzt haben? Ja, also auch die Einzelhändler müssen schauen, dass sie Events anbieten. Und wir sind natürlich in einer perfekten Region, wo das natürlich super dazu passt. Und wir als zwei Radios, wir tun alles dafür, was in unserem Ermessen steht. Und da gehört Elektromobilität dazu mit den Segways. Und auch natürlich E-Mountainbike-Touren oder andere Touren. Und ja, das macht auch großen Spaß. Sie sagen, als Einzelhändler muss man sich bewegen. Also nicht nur quasi eine gescheite Produktpalette haben, sondern auch online, offline vernetzen, Veranstaltungen anbieten. Sie sind ausgezeichnet worden mit dem Zukunftspreis des Handels. Warum Sie diesen Preis zurecht verdient haben, darüber möchte ich gleich unter anderem mit Ihnen sprechen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Bei Chefsache zu Gast im Studio ist Andreas Joos. Er ist Geschäftsführer von Zweirad Joos aus Ralfzell, einem der größten Zweirad-Händler in Deutschland. Ja, und Sie sind auch Preisträger des Zukunftspreises Handel, weil Sie es geschafft haben, die Online-Welt mit der stationären Welt zu verbinden. Wenn ich das richtig verstanden habe, sieht es eigentlich so aus. Der Kunde, der kann online sich seinen Wunschfahrrad zusammenstellen und das kann er dann in einer Filiale abholen, richtig? Genau, so ist es. Wie wichtig ist denn eigentlich auch das ganze Zusatzgeschäft, dass man heutzutage Reparaturen anbietet, Service-Dienstleistungen und so weiter? Ist das wichtig oder macht man das halt mit, weil man es machen muss? Nein, nein, das ist sehr, sehr wichtig. Also man sagt immer, das erste Rad verkauft der Verkäufer und die weiteren Räder dann die Werkstatt oder der Service. Darum muss der Service auch stimmen. Und wir sind auch zum Beispiel in Ralfzell jetzt frisch zertifiziert worden mit unserer Werkstatt. Wir legen da sehr großen Wert drauf. Es gibt hier auch bisweilen Trends, die versteht man nicht sofort, zum Beispiel dieser E-Scooter-Trend. Bei Ihnen gibt es natürlich auch E-Scooter. Ich glaube, eine so ein bisschen in Verruf geraten, weil die Großstädte zugepflastert worden sind mit den Teilen. Was halten Sie von den E-Scootern? Also E-Scooter hat ein bisschen einen schlechten Ruf inzwischen, aber das kommt eigentlich ausnahmslos durch die Verleih-Scooter, die über Städte ausgeschüttet wurden und es gab kein Platzangebot, wo die richtig gestellt werden sollten. Aber an sich, der Scooter hat schon eigentlich seine Berechtigung, gerade wenn man verschiedene Mobilitätsformen verbinden muss, zum Beispiel Zug oder Bus, kann man halt den kostenfrei mitnehmen und kann die letzte Meile oder die letzten Kilometer mit so einem E-Scooter fahren. Man hört auch immer wieder von Fahrrädern, die so wie kleine LKWs sozusagen unterwegs sind in den Städten. Also Lastenfahrräder, ist das der Trend, der uns erwarten wird in den Großstädten vor allen Dingen? Ja, also Lastenräder werden zum Beispiel schon mehr Lastenräder verkauft in Deutschland als Rennräder. Das ist schon so ein erstes Anzeichen dafür, dass es schon ein großer Markt wird. Und es gibt zweierlei verschiedene Lastenräder, einmal für die Familie und natürlich auch Cargo. Also Cargo heißt dann für zum Beispiel Handwerksbetriebe, dass die auch in Fußgängerzonen einfahren können, um ihre Arbeit zu verrichten. Und die Familie kann genauso gut die Kinder, also bis zu drei Kinder transportieren, um sie in den Kita zu bringen. Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Sie stellen sich ja darauf rein, dass es unter dem Strich mehr Fahrräder geben wird, verschiedene Typen. Deshalb möchten Sie ja auch ein sehr großes Logistikzentrum bauen. Was hat es denn genau mit diesem Projekt, wie haben Sie es genannt, 2022 auf sich? Ja, die Vision 2022, das ist geschuldet eigentlich, dass die Flächen in der Innenstadt eigentlich zu klein sind, um das ganze Sortiment noch abzubilden. Wir haben jetzt seit zehn Jahren, vor zehn Jahren hatten wir zum Beispiel nur normale Räder. Jetzt ist alles auch elektrifiziert, das heißt, die Menge wird verdoppelt. Und auch die Lastenräder brauchen natürlich mehr Platz für die Präsentation und dafür braucht man eben Fläche. Und die Vision 2022 war quasi in dem Logistikzentrum an der Autobahn gedacht. In Geisingen. Und wie ist denn dieses Logistikzentrum genau aufgebaut? Also da kann man ja auch dann tatsächlich reingehen als Kunde. Genau. Also einmal ist es ein Logistikzentrum für 20.000 Fahrräder, aber auch eine Neuradmontage, eine Manufaktur wird drin Platz erhalten. Und was ganz besonders ist, ist die Teststrecke, eine Indoor-Teststrecke über 700 Meter mit verschiedenen Untergründen, die quasi auch über Gras oder über Schotter nach oben führt, also bis aufs Dach hoch durch das ganze Gebäude, weil der richtige Aha-Effekt beim E-Bike wie auch beim Sportgerät kommt immer an der Steigung, also wenn es bergauf geht. Und somit können auch das ganze Jahr über Probefahrten gemacht werden, auch wenn es draußen nass und eklig ist. Das ist also ein Grund. Und da werden auch die Werkstätten natürlich auch größer, damit auch Transportfahrräder dort repariert werden können, die jetzt im Moment so noch nicht repariert werden können, weil zum Beispiel ein vierrädriges Transportrad kriegen wir im Moment noch gar nicht in die Werkstätten rein. Abschließende Frage. Wenn man jetzt Chef von so einem großen Fahrradgeschäft ist, tausende von Fahrrädern hat, fahren Sie denn auch wirklich jeden Tag Fahrrad? Nein, nicht jeden Tag, weil ich zu Fuß zur Arbeit gehe, aber schon meine Freizeit ist stark geprägt vom Mountainbike und vom E-Mountainbike. Und Ihre liebste Mountainbike-Strecke ist wo? Ja, am Schiener Berg fahre ich am liebsten oder das ist der schnellste Weg, wo ich auf Trails komme und das ist mein Favorit. Herzlichen Dank für das Gespräch und für diese Einschätzung aus Ihrer Branche. Schön, dass Sie hier waren, Andreas Joos. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder soweit an der Stelle. Es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten bei einer neuen Chefsache. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.